Und Herzlich Willkommen zu Band Nummer 4 für den Rekord Blass. Und die Erde bebt, jetzt sehe ich Nubbers im Unmuss. Dann mal gespannt, mal gespannt. Oh, wir spielen Nubber. Wegen Tenshinhan und Shazoo. Tenshinhan und Shazoo. Oh, oh, oh. Time to have a little fun. The ground is shaking. Tenshinhan, oh Gott, der ist der stärkste, sah eigentlich aus auf Piccolo. Boom, boom, boom. Wo ist der? Hier, Armbrecher. Oh, mein Arm. Man hat ja schon gesehen, wir müssen mehrmals das Böse, äh, wir müssen mehrmals das Böse. Das haben die eigentlich gut gemacht, dass man auch mal an die andere Seite spielt. Nur der ist so langsam. Das erinnert mich an, äh, Footage-Rongs, aber Footage-Rongs war halt BAM. Oh, 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 oh. Aufkannung! Zeit! T guests, check halt meine 120ER ШtEE- nice esasクали! ami. Es完 Zoo! Ich code! Ich code! Hier. ¿ Polski? Der ist voll schnell, Tension. Und der? Ich seh doch nicht mal. Ich seh hier nichts. Das ist doof. Ich seh nichts. Nein! Dein Arm muss ja doppelgebrochen sein. Ich seh das nicht mal. Ah, Chef. Das war's. Hallo, Shazoo. Okay, okay. Das sind die Treffen müssen wir noch mal üben. Armbrecher! Auf den kleinen Arm! Oh mein Elb! Ja, du kleine Sparke! Boom! Boom, boom, boom! Was machen wir? Du hast mich gebeten! Nein! Mach das! Hey! Geh mir weg! Hilf uns gegen den Wind! Oh mein! Ah! Es war zu spät, dass du mir nicht deinen Kopf gewonnen hast. Nein! Auf Wiedersehen! Oh! Ah! Ja! Ja! Du bist doch kleiner! Natürlich! So einfach war das! Was für ein Dirty-little-Krinn! Es sieht aus, dass du noch keine Ahnung hast, was du vorst. Ha! 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 Ich werde alle letzten von euch töten! Du! Ich bin aber ein bisschen verletzt aus! Überlass das mir! Zum Gohans Wut-Explosion-er! Es hat sich gerne ein! Überlass das mir! Ich bin noch jünger als ihr, aber ich bin stärker! Weil ich der Sohn von Guck bin! Ich mein, der ist doch erst 4 oder 5, ich mein, äh, ist doch normal, dass man da ein bisschen spottigt, nein. Äh, Kuhan, Krillin, Piccolo gegen Naba. Ich könnte klappen. Janshu wurde ja schon vorher vernichtet durch den, äh, durch die Zaya Beans. Cyber Beans? Cyber, Cyberman. Cyber Beanmans. Ich mein, die reichen irgendwie so. Gohan, have faith in yourself. If you really want to, you can be even more powerful than I am. Focus all of your strength, then attack. Got it? Got it. Okay. Keine Angst, Gohan, wir schaffen das schon, äh, 3000 Leben abzuziehen. Aua. In der Säcker! Nein! Aua! Aua! Come on, he's tried to entertain me! Wow, awesome! Won't move to you! Wie lange sprintest du? What the fuck! What kind of training should you do? Los, mach ihn kaputt! Oh, der Klaa! Oh, der käme noch niemals auf Null. Der ist viel zu übertrieben. Oh, Gohan, oder? Oh, der Klaa! Okay, hier ich gehe! Los, Krillin! Glatze gegen Glatze! Oh! Geh, okay! Hm, nicht schlimm. Ähm, unglaublich! Aber nein! Ich vertraut... What the fuck! Oh, ich dachte schon. Aua Nee, sonst helfe ich nicht Sonnenbärfl- äh, Sonnenblattfläne Ah, gut, das ist Was? Es hat gelegt Tut mir leid, dass ich das übersprungen habe Was? Das hat gelegt Das hat die Konsole einfach gelegt Die scheiß Konsole Die Performance ist schrecklich Jetzt machen wir die Ultra Disco Disco Attacke Äh Schau Disco Disco Das hat am Ende nicht geklappt Aua Wenn ich dich sehen werde Manu Ich muss sich mal ein bisschen vom Hals haben Der ist so stark Er hat sich wieder aufgepumpt Er ist nur pumpen gewesen Und hier, meine Tappe Okay So macht man das Wie ist das? Wir können es, wir können es Das ist schlecht Wir haben eine andere Leben Das schaffen wir, das schaffen wir Einmal froh aufladen wie das Wow, großartig Ich will dir die Pizze Das war das Klappig Ich muss mich über die Angelegenheit Komm schon, ich kann es bitte versuchen Ich lag am Boden Ich bin auf der Boden Es ist vorbei Die Angelegenheit Ich ist das Ein spezieller Mann Und meiner kann wieder keine Hül Wo beruhe ich dich in der Atacke? Hier 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 Da jetzt Mein Gott Sau da! Und zipp! Wann wirst du denn da ausgewiesen? Wann wirst du denn da ausgewiesen? Tomps, du wirst mich wirklich schocken! Mr. Bigelow, run! Ich versuche, ihn abzuhalten, bis mein Vater hier kommt! Du abzuhalten, du sagst? Don't make me laugh, you little brat! Stopp! Stopp! Hurry up and get here! Ich habe keine Wahl. Ich muss das machen. Was? Du bist schon abzuhalten? Ich will nicht! Was kann das sonst gegen mich? Nein, der fliegt so schnell! Äh... Oh... Scheiße! Mann, 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 Mann! Und! Los! Los! Er hat keine Sons gegen diese Atticke... Au! Ihn ist ein und zigspit kaputt! Oh nein, das hat so wenig abgezogen. Muss' nicht, was ich nicht... Ah! Wir sind weg und unser Zeit im Schiff zu messen. Ich will nicht zu dir gehen! Au, au, au! Take this! Take this, motherfucker! Don't hurt me! Ich glaube, das hat der jetzt in der Frise sagen gemacht, der Kleine. Nicht mit mir! Na, sehr cool! Und BAM! Wie viele Minuten haben wir hier? Machen wir noch einen Gamble. Er hat noch zu viel Power! Nein! Oh, so, ist ja zwischen die Sequenz. Die! 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 Sieh! Scheiße! Ich bin ein Elitzaian-Warrior! Ich werde nicht einen Lower-Klass-Fighter sehen, wie du auf mich verletzt hast! Komm her, Nappa! Wie kannst du ihn, wenn du so angry bist, dass du nicht direkt sehen kannst? Right. Danke, Vegeta. Ich brauche das. Jetzt, Kakarotten. Ich hoffe, du bist bereit. Um... Woop! Was ist das? Ist das jetzt die Kraft, du hast? So, jetzt laden wir uns auf wie eine Genki-Dämme! Ist das die Große oder die Kleine? Oh, die Kleine, schade. Es wäre jetzt richtig geil gewesen, wenn das die Große noch gewesen wäre. Wie hätte ich das gefeiert? Ah, du bist viel besser. Es ist Zeit, dass ich deine große Hände schlafe. Das ist der Ende für dich! Du bist nicht, Kid! Ich bin der Ende für dich! Ich bin der Ende für dich! Ach, du Scheiße! Ich bin der Ende für dich! Idiot! Es ist vorbei! Was ist das Problem? Was ist das mit dem Kraft, den du hast? K-K-K-K! Irgendwie fehlt noch ein paar Zwölf timber Du! Das sollte einen Ende zu deinem Kampf geben. Jetzt gehst du von unserem Planeten und gehst dieses Oath mit dir! Ein Saiyan, der nicht bewegt ist wunderschön. Möge! Hm, das war... Gut, ich würde mal sagen... Das wird Put Nr. 4 von Dragonball Dragonblade... Aaaaah! Bis zum nächsten Mal, tschau!